Hallo und willkommen zurück zu Blades of Time. Ja, was soll ich sagen? Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert mehr. Das ist drei, vier Wochen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Hat alles Vor- und Nachteile. Wir gucken mal, dass wir hier weiterkommen. Wir sind irgendwo durch ein Portal in der Wüste gelandet. Der Himmel sah sehr geil aus. Auch wenn das Spiel schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Also ich mag das ja generell so mit so Planeten, Sternen, fremde Welten und so. Ich habe bei den Elder Scrolls Titeln feiere ich das auch immer total, diese Skybox. Wir sollen diese Abschnitte mit so viel Sonne hier so schnell wie möglich hinter uns lassen, weil sonst Aua, Aua, weil Knall heiß. Ich frage, jetzt hatten wir eine Karte? Ich weiß das gar nicht. Ne, hatten wir glaube ich nicht. Die Frage wäre, wo müssen wir lang? Weil, ähm, ja, keine Ahnung. Wir gucken uns mal da hinten um, oder? Ich bin gerade unentschlossen. Wir brauchen Teile, um das Portal zu reparieren. Hier hinten, da ist nicht so viel Schatten. Mehr wäre es keinmal mehr als zwei Wochen, ist eh nicht. Au, 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 au. Okay. Dove Idee. Also da nicht lang. Heißt ja, die Hossa. Haha, run, 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 au, 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 au. Au, 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 au. Ähm, alte Taste, den hier wollte ich haben. Ähm, okay. muss ich mir das jetzt noch mal antun ich kann es gibt jemand muss das portal beschädigt haben ja ja du bist nicht an deinem eigenen zielort angekommen ja danke einige teile müssen aus bleiben nicht in der sonne das ist zu gefährlich lass die sonnigen abschnitte so schnell wie möglich hinter dir ähm ähm okay jemand muss das portal beschädigt haben du bist nicht an deinem eigentlichen zielort angekommen einige teile müssen ausgetauscht werden du müsstest sie finden können in der wüste liegen viele ausrüstungsteile der ätherwächter lose verstreut bleibt nicht in der sonne das ist zu gefährlich lasst die sonnigen abschnitte so schnell wie möglich hinter dir okay wie denn so das ist schon ein bisschen besser aber wie gesagt ich habe keinen blassen mehr so ein bisschen und so wie war dann das mit denen haue ich sie auslö ouch wir machen einen schaden ne ähm äh 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 okay ich muss erst mal wieder ein bisschen reinkommen also wenn ich am anfang vielleicht ein bisschen stiller bin nicht wundern weil ich versuche nicht zu sterben äh und ähm dann gucken wir mal dass wir das hier so halbwegs über die bühne kriegen auch schatten 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 aua sonne schatten aua es ist gut dass wir im schatten tatsächlich auch wieder gesunden au was schießt denn da jetzt noch nach da hinten ja lass das mal bitte danke das ist ja lustig raus aus dem ding aua hahaha nicht so toll äh ne das war rutschen ähm achso ich hab das gerade mit xplates verwechselt wo ich dann halt noch halt noch so 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 schuss hatte au oh god na das ist ja nervig naja wenigstens nicht ganz von anfang an uff sag dich schon uff alter das ist jetzt ähm ungeil sagen wir mal so ah ja ok ich erinnere mich so langsam ok das war die falsche combo au 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 die sind ganz schön garstig au 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 Heilung? Danke. Ähm, das war, genau. Knarre war so, zoomen war so, na dann. Gucken wir doch mal, ob das vielleicht besser klappt. Potenzial erstmal. Au, ja, ich erinnere mich. Ähm. Ähm. Au. Ich kann nicht anlocken. Wie war dann Anpeiling? Das ist zurückspulen? Scheiße, ich hab's echt zu lange nicht gespult. Äh, nein, 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 nein. Ähm. Hm, potenziell ist... Au. Wahrscheinlich, ähm... Wow. Ich dachte, das ist echt nicht schön. Das ist ungesund. Die Hitze ist unerträglich. Geht diese Sonne nie unter? Ah, okay. Die Ätherwächter haben diesen Planeten verlassen, als die Sonne explodierte. Ah. Sie haben diese Schilde gebaut, um sich zu schützen. Doch am Ende mussten sie trotzdem gehen. Vor allen Dingen, äh, die Sonne explodierte. Wenn die Sonne hochgegangen ist, wieso ist es dann hier trotzdem noch so heiß? Also... Obwohl, naja, es kommt drauf an, was aus der Sonne geworden ist. Wenn aus der gelben, rote oder weiße Sonne geworden ist. Ich weiß nicht sehr viel über diesen Ort. Aber vielleicht leben hier noch ein paar Kreaturen. Also sei besser vorsichtig. Ein paar leben hier definitiv noch. Hat man gemerkt. Ähm. Au. Also das wird heute definitiv keine Glanzleistung. Das verspreche ich euch. Die Ätherwächter haben diesen Planeten verlassen, als die Sonne explodierte. Sie haben diese Schilde gebaut, um sich zu schützen. Doch am Ende mussten sie trotzdem gehen. Ja. Ich weiß nicht sehr viel über diesen Ort. Aber vielleicht leben hier noch ein paar Kreaturen. Also sei besser vorsichtig. Hä? Es ist wie eine Alperwand, als wenn ich irgendwo gegen klatsche. Selbst wenn ich jetzt... Ich wollte nochmal zurück eben... Das ist schon... Das ist so der Nachteil. Das ist glaube ich ursprünglich ein Konsolenport. Die Ätherwächter haben diesen Planeten verlassen, als die Sonne explodierte. Sie haben diese Schilde gebaut, um sich zu schützen. Doch am Ende mussten sie trotzdem gehen. Man muss sich das halt zigmal anhören, wenn man immer wieder verkackt. Das ist halt der Nachteil. Das ist dann schon irgendwo lästlich. Ich weiß nicht sehr viel über diesen Ort. Aber vielleicht leben hier noch ein paar Kreaturen. Ich werde wie runtergezogen? Das ist doch scheiße. Was soll denn das? Ach. Mal gucken, ob es da irgendwie einen Ankerpunkt oder was gibt. Die Ätherwächter haben diesen Planeten verlassen, als die Sonne explodierte. Sie haben diese Schilde gebaut, um sich zu schützen. Doch am Ende mussten sie trotzdem gehen. Ich weiß nicht sehr viel über diesen Ort. Vielleicht mit Rutschen. Aber vielleicht leben hier noch ein paar Kreaturen. Also sei besser vorsichtig. Ja, mit Rutschen geht's. Okay. Was total hohl ist. Sieht wie ein Teil des Portals aus. Ich muss noch die anderen finden. Naja, immerhin was. Was für ein Gestank. Hä? Was passiert hier? Aua? Ein Riesenwurm? Boah, der stinkt. Achso, ich... Na toll. Immerhin ist hier keine Sonne. Jetzt getroffen? Nee. Aua. Oh Gott. Das kann lustig werden. Also der Teil macht jetzt nicht wirklich Spaß. Bin ich ehrlich bin. Au. Au. Mistvieh. Es ist nervig. Riecht's, als wäre er schon ziemlich lange tot. Problem weniger. Wir haben ja noch so ein oder andere Fähigkeiten. Nun. So. Ist die Frage... Nein, nicht das! Äh, wie ist ein Tintenfisch? Ähm, ich muss weg. Tintenfisch? Das sieht nicht aus wie ein Tintenfisch, wenn ihr mich fragt. Ähm. Okay, das macht jetzt genau was. Oh, das bewegt sich hin und her. Ich bin so durstig. Oh, muss ich da jetzt? Oh, 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 oh. Mir schwant übel. Au. Schwant übeles, wollte ich sagen. Oh, Alter. Verfatzt euch. Oh, Leute. Das ist ja furchtbar. Ich wünschte, ich hätte eine Sonnenbrille und einen Strandschirm dabei. Wären das weniger? Ich hoffe doch. Diese Wüste scheint endlos zu sein. So. Noch jemand an den Fahrschein? Au. Ja, der da. So. Was war das? Na, gucken wir doch mal. Luft ist so heiß. Sogar das Atmen fällt schwer. Aua. Ähm. Nicht gut. Der Sand ist so heiß. Ja, ja, ja. Ich hab's ja verstanden. Oh, ich verstehe. Na, großartig. Okay. Okay. Ich schaffe es. Nur noch ein kleines Stück. Eis, 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 Eis. Pfff. Alter. Au. Okay, das macht da die Luken zu. Das ist schon mal gut. Das heißt, jetzt haben wir hier wieder Rückwärtsgang. Na gut. Ach, großartig. Das ist schon mal. Das war schlau. Der Deckel da jetzt drauf. Ja, Gott sei Dank. Oh Gott. So. Und das macht jetzt was. Ich hoffe, nichts kaputt. Okay. Das ist ein Solargenerator. Befreie ihn von den Schatten, um ihn zum Laufen zu bringen. Und das habe ich ja gerade gemacht. Ach so. Ach so, wir hier für den Fahrstuhl. Okay. So, hier wäre noch einer. Ich verstehe. Ich habe es nicht verstanden, Mädel. Ich habe es nicht verstanden. 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 Ach komm, der Kollege. Der Kollegen. Ich muss so aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwie vom Schatten in die Sonne latsche. Ja, ist schon nicht so meins. Kann ich mal, danke. Gut. Hier gibt es keinen Schatten. Ich muss diesen Bereich so schnell wie möglich durchqueren. Ach echt? Das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Auf. Hm. Ah, du gehst wieder runter, ne? Ja, na klar. Natürlich gehst du wieder runter. Äh, ja, dann warten wir einen kleinen Moment. Das ist echt Folter. Das ist so ein Spielelement, was mir tatsächlich nicht gefällt. Wenn ich so Dinge an Spielen hasse, dann sind das so Sachen, die einen zu Hektik treiben. So wie hier. Wo du die Zeitlupe oder das mit Zeitrückspul-Feature aktivieren musst und du musst hetzen wie ein bescheuerter. Das ist so ein Ding. Nein, Sir, gefällt mir nicht. Das cool ist. Vielen Dank.